Willkommen zu den Frequent Traveller TV Meilenschnäppchen und den Might & More Meilen Highlights. Die Vorschau. Wie immer, ihr wisst ja, am 1. jeden Monat gibt es die neuen Nachrichten. Und zwar ist es so, dass auch diesmal der Sommer kommt und natürlich dort interessante Angebote von Might & More euch gebracht werden zum Meilensammeln. Heißt also, wer im Juni spannende Angebote haben will, sollte jetzt zuschauen. Es gibt eine spezielle Payback-Promotion und wir haben natürlich auch wieder 10.000 Premium-Mine als Willkommen-Bonus und zwei Business-Class-Lounge-Voucher für Lufthansa Might & More Kreditkarte. Leute, die noch keine Kreditkarte haben. Ganz wichtig. Lasst uns direkt in das erste Thema eintauchen und das ist natürlich 2023 der Fokus auf Lufthansa Might & More Celebrating You. Bei Celebrating You ist es so, dass natürlich wir gefeiert werden sollen als Kunden. Und über das Jahr gibt es natürlich verteilt für alle Might & More Teilnehmer monatlich wechselnde Aktionen und besondere Überraschungen. Deshalb stay tuned. Das erste Thema ist eigentlich meiner Meinung nach fast schon das zweitbeste Thema, aber das Beste kommt zum Schluss. Die Meilen-Schnäppchen. Payback. Wer 4000 Punkte umwandelt auf Payback, bekommt normalerweise eine Umwandlung von 1 zu 1. Heißt also, eine Lufthansa-Meile ist ein Payback-Punkt und umgekehrt. Normalerweise haben wir im Juni immer die Aktion mit 25 Prozent, aber 30 Jahre. Heißt also, es gibt 30 Prozent mehr Meilen. Der Aktionszeitraum ist dieser Monat vom 1.6. bis zum 30.6. 4000 Punkte braucht ihr. Heißt also, dann gibt es auch den 30 Prozent Bonus. Vorher könnt ihr gar nicht umwandeln. Und kleiner Insider-Tipp. Ich habe gestern wieder einen Call gehabt mit einem Kunden, viele Grüße an dieser Stelle, nicht den Meilen-Transfer einstellen bei der Payback-Karte automatisiert. Macht das immer nur dann, wenn im Juni und im Dezember, das sind so immer im Regelfall die Daten, die 25 Prozent Promotion kommt. Jetzt sind es sogar 30 Prozent. Das heißt also, ihr verliert Meilen. Wenn ihr 10.000 Punkte umwandelt, über ein Jahr gesammelt und ihr macht das zu der jetzigen Aktion, kriegt ihr 3.000 Punkte geschenkt. Sonst kriegt ihr 2.500 Punkte geschenkt, die ihr sonst nicht bekommen würdet. Ist doch eine geile Sache. Also, dann geht es direkt weiter und zwar mit A Small World. A Small World ist ein alter, bekannter Partner für Leute, die schnell viele Meilen brauchen und dort dann wirklich durchstarten wollen mit ihrem Meilenkonto. Dieses Mal gibt es die Prestigemitgliedschaft von einem Jahr zum Preis von 5.200 Euro und ihr bekommt 250.000 Meilen, schwieriges Wort, 250.000 Meilen, 50.000 Prämienmeilen, also insgesamt 300.000 Prämienmeilen. Die Prestigemitgliedschaft bei A Small World gibt euch Zugang zu den führenden Travel- und Lifestyle-Community, sowas wie unbegrenzter Zugang zu mehr als 970 Airport-Lounges mit Dragon Pass. Außerdem erwartet die Mitglieder einen Status bei ausgewählten Hotels und Autovermietung. Wer viele Meilen braucht, dem können wir das direkt empfehlen, das zu tun. Denkt dran, die Aktion gilt vom 1.6. sogar bis zum 15. August. Heißt also, hier ist Ruhe angesagt, wenn ihr die Meilen nicht sofort braucht. Schaut es euch an. Ihr könnt auch nochmal gerne mit mir sprechen, ob es wirklich für euch der Deal ist. Lasst uns auf alle Freunde der Lufthansa Mights & More-Karte anstoßen. Und die, die es nicht sind, warum? Ja, weil ihr jetzt wieder die Möglichkeit habt, 10.000 Prämienmeilen als Willkommensbonus zu bekommen und zwei Lufthansa Business-Lounge-Voucher für den Neuabschluss. Wichtig ist, dass die Meilen natürlich damit unbegrenzt gültig sind. Pro 2-Euro-Kartenumsatz gibt es eine Prämienmeile. Prämien- und Versicherungspakete für private Reisen, zum Beispiel Reiserücktricks-Kosten, Quarantäne-Kosten, Auslandsreise-Krankenversicherung sind inklusive. Weite Versicherungsservices wie Reiseservices und AXA Partners Telemedizin gibt es natürlich auch. Teilnehmer, die sich bis Ende Juli für die Kreditkarte entscheiden, kriegen zu den 10.000 Prämienmeilen statt der üblichen 4.000 Prämienmeilen zwei exklusive Voucher in die Business-Lounge. Ist doch toll, oder? Heißt also, wenn ihr zum Beispiel FTL seid und ihr könnt nur alleine rein, so könnt ihr jemanden noch mit in die Lounge nehmen, weil ihr ja sonst dafür bezahlen müsstet. Also auch nochmal ein Geldwerter-Vorteil. Wer auch ein alter Partner ist, ist Herz. Aber Herz ist jetzt hier mit einer anderen Aktion. Und zwar mit dem Fahrerservice Harz, Herz Drive You. Harz, Herz, Harz, Harz ist der Ruf nach Mario wahrscheinlich. Also Fahrservice Harz Drive You mit 10.000 lokalen Fahrern und Fahrerinnen. Mit der großen Auswahl an Fahrzeug für alle Ansprüche holt Reisende persönlich ab. Und das ganz ohne versteckte Kosten und dementsprechend auch kostenfreie Wartezeiten inklusive. Im Aktionszeitraum sammeln die Teilnehmer neun Prämienmeilen anstelle der regulären drei pro Euro. Aktionszeitraum 1.06. bis 30.09. Herz Drive For You. Also im Prinzip eine Art Uber. Auch ein cooler Service. Gibt es ja auch von Sixt zum Beispiel. Aber neunfache Punkte pro Euro. Das ist doch mal cool, oder? Wer da noch nicht zugegriffen hat und shoppen möchte, der ist selber schuld. Ihr könnt bis zu 50-fache Meilen sammeln. Prämienmeilen natürlich bei ausgewählten Shoppingpartnern. Am Wochenende vom 17. bis zum 18.06. gibt es noch mehr Meilen. Zum Beispiel bei Brille24 gibt es 15-fache Meilen. An allen anderen Tagen im Juni sind es nur 10-fache Meilen. Beim Aktionszeitraum ist es der 17.06. bis zum 18.06. Ja, ganz wichtig. 8.000 Meilen gibt es bei OnVista für Neukunden, die eine Depoteröffnung inklusiver Erfüllung aller Konditionen machen. Auch hier wieder, ich gebe keine Finanztipps. Wer ein Depot machen möchte, muss das natürlich aufs eigene Risiko machen. Wer Norden-Produkte haben will, kriegt 50-fache Meilen. Wer einen VPN-Betreiber sucht wie NordVPN zum Beispiel, kriegt 40-fache Meilen. 10-fache Meilen gibt es bei Schöffel, Mövenpick, Wein, Sunglasshut und Mavi. Aktionszeitraum ist der 1.06. bis zum 30.06. Weiter geht es mit Lufthansa Worldshop-Angeboten. Es gibt tolle Sofortgewinne. Und zwar diese tollen Sofortgewinne von 20% Meilen und Preisnachlass auf ausgewählte Jubiläumsprodukte. Der Worldshop-Airport-Store in München feiert 20-jähriges Jubiläum. Ist das krass? Den Worldshop gibt es 20 Jahre. Ich hätte gedacht, kam mir irgendwie länger vor. Vor Ort gibt es in allen drei Stores ein Glücksrad mit tollen Sofortgewinnen, sowie vom 27.06. bis zum 31.07. einen Meilen- und Preisnachlass auf ausgewählte Jubiläumsprodukte im Wert von 20%. Für Meils & Moor-Teilnehmer gibt es vom 27.06. bis zum 16.07. ein weiteres Special. Im Aktionszeitraum sichern Sie sich 20-fache Meilen für Ihren Einkauf. Heißt also, wenn ihr euch einen Koffer kauft, da wisst ihr, wie viele Meilen ihr direkt bekommt. Aktionszeitraum ist der 17.06. bis zum 31.07. Heißt also, beziehungsweise vom 27.06. bis zum 16.07. für die beiden Aktionen. Heißt also, die 20-fachen Meilen gibt es vom 27.06. bis zum 16.07. Und diese Glücksradnummer gibt es vom 17.06. bis zum 31.07. Merkt euch das, macht euch einen Knoten irgendwo rein. Auch hier müssen wir wieder für den Workshop noch mal kurz Bescheid sagen. Workshop-Angebote im Juni. Da gibt es Angebote, ob man eine Kamera, ein Fernglas, eine Sportuhr oder Bluetooth-Lautsprecher haben möchte, Marken sind Nikon, Steiner, Garmin, JBL. Damit könnt ihr eure Sommertage natürlich versüßen im Aktionszeitraum vom 1.06. bis zum 30.06. Dort gibt es quasi auch Rabatte. Und es gibt einen neuen Sommerfavoriten im Worldshop. Spannende Produktneuheiten machen den Sommer zur besten Zeit des Jahres. Wer also grillt und dann natürlich Produkte von Rösle, WMF und Co. haben möchte oder eine handverlesene Auswahl an Roséweinen und dem passenden dessertgeschäft von Alessi wird jeder Sommerabend zum Hit. Und auch für die Kleinsten ist mit Angeboten von Kinsgut, Smallfoot und Hudora gesorgt. Also auch hier wieder gibt es neue Möglichkeiten für euren Sommer. Aber ihr wisst ja wie immer und darauf wartet ihr und ich scrolle das auch direkt mir wieder auf den Screen, damit ich das für euch prünftig und richtig ablesen kann. Wer auf die Meilenschnäppchen wartet, ist jetzt richtig. Die Lufthansa Mainzimmer und Meilenschnäppchen für den Monat Juno. Economy Class. Luxemburg, Kopenhagen, London. Hin- und Rückflug. Buch und Zeitung logisch. 1.6. bis 30.6. hat ja gar keine 31 Tage. Reisezeitraum bis der 15.7. bis 31.8., weil es sich um eine Kurzstrecke handelt. Preis sind nur 15.000 Premium-Meilen plus Gebühren. Dubai. Da ist der Reisezeitraum etwas anders. Da ist es der 15.9. bis zum 31.10.2023 für 25.000 Meilen. Finde ich einen sehr, sehr guten Preis für die Economy Class. Wer sagt, er möchte weiter weg, der kann einen Hin- und Rückflug nach Seattle, Charlotte, Dallas, New York oder Boston buchen. Boston ist 380er ab München, ne? Wer also 380er fliegen will, kann für 30.000 Premium-Meilen das Ganze tun. Reisezeitraum ist natürlich der 15.9. bis zum 31.10. Denkt dran, buchen müsst ihr jetzt im Juni. Am besten jetzt sofort buchen, weil die Plätze natürlich relativ schnell weg sind. Premium-Economy kann man auch nach Dubai fliegen. Hin- und Rückflug sind zusammen 30.000 Premium-Meilen. Anstatt in der Economy Class 25.000, also ist gar nicht mal so viel mehr. Buchungszeitraum 1.6. bis 30.6. 15.9. bis 31.10. ist der Reisezeitraum, in dem ihr eure Sitzplätze in der Premium-Economy suchen könnt. Geiler Preis, oder? Business Class, wenn das eure Hood ist, dann gibt es dort Leipzig, Dresden, Hin- und Rückflug 20.000. Buchungszeitraum, wie immer, Juni, ich werde es nicht mehr sagen, ihr wisst ja, der ganze Juni. Und vom 15. bis zum 31.8., weil es halt eine Kurzstrecke ist. 20.000 Meilen, Premium-Meilen. Business Class, Leipzig, Dresden. Wer weiter weg will, Amsterdam, Billund oder Kopenhagen, sind 25.000 Meilen gefragt. Auch hier wieder der Reisezeitraum 15.7. bis 31.8. Das waren die Lufthansa-Meilen-Schnäppchen und auch die Meilen-Highlights. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert. Lasst eure Fragen da oder eure Kommentare da, ob ihr sagt, hey, die Antbrote sind cool oder ihr vermisst ein Angebot. Einfach irgendetwas schreiben, damit wir in Dialog treten können. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveller TV und den Vorab-Angeboten von den Lufthansa Miles & More, Worldshop, Meilen-Schnäppchen, auch die Meilen-Highlights von den Paten. Also danke und bis heute Abend in der Sendung.